so erst mal eine entspannte runde fernsehen ok kabel schluss ist noch nicht vorhanden oh hallo ihr seid ja schon da damit herzlich willkommen zur nordfolge microrept internet und ich bin euer skil etwas und letzte folge was haben wir getan sind wir rüber zum kindergarten oder eher gesagt eine schule gegangen und haben babys kelly da einen kleinen fratz neben violia welche bracht zur schule damit er ein bisschen lernen kann schon zu werden netter zu werden und jetzt ist er auch nicht mehr hier ich sollte echt anfangen weiter am haus zu bauen ich sollte ich meine webpage zur schule machen wollte ich weiß es schreibt ich hatte ein paar private sachen zu tun begleite dieser weihnachtsbaum steht einfach immer noch da sollte eigentlich schon längst weg aber naja würde das wird unser heiliger baum den wir da ewig stehen lassen sollte ich würde sagen wir kommen in den briefkasten ob wir was neues haben und leute wo ist mein auto ähm ich würde sagen jemand hat mal warte jemand hat mein auto geklaut okay es wird noch ein nachspiel haben wir gehen da ich würde sagen wir gehen da zu mal zu auf das muss ich nochmal mit linda besprechen ja gut leute das waren die 50k an der stelle leute ich würde sagen wir schauen jetzt einfach in den briefkasten wir haben mal nach lange nichts mehr ist irgendwie entspannt aber auch irgendwie carry da jetzt nichts mehr spannendes passiert aber egal ich würde sagen wir versuchen jetzt diesen zauber zu machen diesen umzuändern ich habe mir ein paar sachen vorbereitet brauchen potenz ja das weiß ich so was machen wir leute was machen wir für einen zauber würde ich sagen ich würde sagen wir machen ein projekt hier so schießen blitz und wir wollten ja ein abbau machen weil so glück für das die größe abbau sache motors predigt hier motors haben wir da perdi so und so und man jetzt muss ja alles noch mal praktik so leute ja passt was für berühren break so oder ich würde sagen wenn nicht wir können ja jederzeit noch um ändern es kostet und die kristalle zack machen wir das ding oh leute obachten ja ja zauber entsteht leute sieht die kristalle der schwarze der komisch bläulich weiß und der weiße kristall formen den lila ball um bis er endlich zu was neu wird der schimmer das licht der kristall geht auf den lila kristall über es schimmert alles ganz ganz hell und wir freuen uns alle bis wir etwas neues bekommen es dauert einen kleinen moment gleich ist es soweit leute gleich in kürze eine kleine augenblick gleich leute wenige minuten später wenige sekunden noch leute wir schaffen es gleich und da ist das ding leute grüße gehen raus komplett verkackt also wir schießen berühren und brechen leute okay machen wir das so in der hoffnung dass es diesmal recht ich sollte ich mal darauf achten was ich nehme aversio potenzia perlizio was ist denn aversio da haben wir auf der aversio potenzia da leute wir haben ja wir haben ja noch paar versuche so würde ich sagen dann machen wir das full hier zack so ich würde sagen wir machen dann und so würde das dauert wieder seine etlichen jahre läuft aber was ich noch machen wollte das kann ich euch jetzt mal zeigen leute in der zeit wo das lädt ich wollte hier die boots auf traveler machen dadurch kriege ich noch mal speed boost ich bin schon halbwegs schnell trotzdem langsam wie weit sind unseres geht geht klar leute sich das atemberaubendste soll aber auch ewig bis man nicht voll hat ich möchte auch nicht keine 100 full machen weil das wäre mir zu viel arbeit ja weil ich will ja nicht schon lange sitzen okay die 98 haben die leute aber wir sind auf einem guten weg wenn wir dann noch die speed boots haben hier haben wir alles vorbereitet und da leute ja ich habe ein bisschen was vorbereitet das dann hatte ich ein bisschen wenig zeit das auszubauen aber naja leute so kannst du dann mal fertig werden die leute wir haben es gleich spannend ich hoffe der zauber klappt die jetzt ja gut ich würde sagen zack dann machen wir so haben wir nicht noch hier irgendwo äh du warst das ist 50 und du bist 15 wir brauchen die 50 oder wartet nein du kommst weg du kommst dahin du kommst dahin äh zack heute und dann so ja gut leute da machen wir den zauber jetzt noch mal in der hoffnung dass es jetzt funktioniert wenn nicht haben wir eine idee zentrale arschkarte und der zauber funktioniert Leute können wir das hier durchlaufen und ich würde sagen wir gehen dann kurz rüber zu vox und machen den zauber wir brauchen äh dingens hier und dingens da Leute und gehen rüber zu vox und morfen uns da hoch Leute zack so wo haben wir das Ding was nicht ja ist hier oben so Leute hier haben wir es hier haben wir noch irgendwelche anderen Fläschchen die keiner will so ja bau schneller ab so hier haben wir das eine müssen wir das so hier entstellen glaube ich so was war das hier äh äh ja so ok Leute ich würde sagen wir schauen um tomo dingsbums nach was äh wie das angeordnet werden blau blau nebeneinander dann feder fisch da ist ok blau blau so äh feder fisch und ah ja hab ich das ungefähr ja hier so zack kommst du runter du kommst hier ja ungefähr so Leute und natürlich die Lederstiefel müssen in die Mitte da ist der Zauberstab dann machen wir mal äh sowas drauf zack Leute ja ja beginnt auch schon der Prozess wartet hier jetzt hier das eine wird rausgezogen das andere auch oh Leute das wird das wird doch eine geile Sache wenn wir die Schuhe haben ok ich weiß nicht ob ich die in mein ähm accessoire set packen kann oder ob ich die so tragen muss wenn nicht wir haben es einfach gemacht Leute damit wir die Schuhe haben ja wir wir schauen einfach gleich Leute wir gucken einfach nach und werden sehen ob wir es haben oder nicht ok ich hoffe es wird dann irgendwann aber ich glaube auch wie wir die angeordnet haben passt bin ich bin mir nicht sicher aber ich glaube es ist egal wie was für eine Reihenfolge wir machen für die ersten Sachen gehen hin das sieht gut aus und ja Leute easy wir haben die Boots nice zack Leute ich würde sagen wir porten uns nach Hause und testen die dann mal aus Boots ok 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 ein bisschen schneller sind wir schon hört ihr hier achten muss ich noch aufladen aber kann ich die hier irgendwo tragen ok dann hat sich die Sache auch erledigt das waren an der Stelle die Schuhe jetzt haben wir es einfach einmalig gemacht Leute hier zack und der Zauber ist hier auch fertig Leute hier guckt ähm äh da zack hier haben wir die neuen Zauber hier ui oder guckt hier braucht nur ewig zum Laden hier zack hier kann ich alles jetzt abbauen da ich krass bin Leute aber das mit Glück das ist krass Leute hier drei nur ok wir brauchen hier irgendwas gutes aber egal Leute aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier dieses äh krasse gedüns Leute diesen krassen Zauber Handschuh Zauber Stab wollte ich sagen Leute ja ich bin gerade lost an der Stelle Skateboy äh 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 Leute seht ihr das ähm wir brauchen die harten Geschütze Leute zack ähm wir haben es bemerkt äh hi äh sehen sie äh rauskommen wir haben es bemerkt ich habe die Kolonne gerollt äh was geht ab ähm kapitulieren sie jetzt nein Leute sonst da haben wir Polizisten da Alter ist das dieses Sturm kommando er sagt schon anlegen oh wie heißt sie äh wie heißt die Kolonne äh das ich weiß nicht wie das heißt Leute die machen sich alle bereit ähm okay Leute wir müssen bereit sein ich hab ich hab ich hab kein Magazin drinne äh okay Leute ich muss in Deckung gehen okay er sagt okay okay ich würde sagen Officer K ähm der ist der Hauptleiter wenn wir den zuerst ausschalten drei zwei eins okay Leute wir gehen raus okay das war es mit Officer K das war es mit Officer K ah Leute hier Hilfe warum funktioniert der nicht ah Hilfe zu viele Polizisten ich baue ich baue eine andere Waffe Leute eine andere Waffe ah hier da lübt sich das da lübt sich das Leute hier zack okay dann nehme ich mein gutes alte Schwert Leute okay Leute Solving Legs komischerweise wenn ich dich schlage kriegt man Spiele anzulegen wegen Verbrennung und so ähm ich brauche eine neue Waffe Leute was ist das für eine Waffe okay äh hier okay Leute war das jetzt okay da hinten haben wir noch einen Polizisten okay so gut sind die jetzt auch nicht treffen können die auf jeden Fall hallo Junge ist der blind sieht der mich nicht oder okay Leute Polizisten sind dezent blind Leute aber krass Leute ich hoffe das war es jetzt mit dem Gesetz ich hoffe es kommt jetzt keiner mehr wir haben deren Boss Officer K oder den Polizeikommissar Chef Gedöns genau wie das heißt besiegt an der Stelle ja das tut mir leid dass wir Officer K töten mussten aber töten oder getötet werden Leute ist doch immer das Motto das Sprichwort was man sagt oder ist das nicht so aber Leute wir haben jetzt wieder unsere Ruhe und müssen keine Angst mehr haben aber trotzdem schon schade nur wegen dem Einbruch aber ja Leute vielleicht kriegen wir einen neueren kompetenteren Officer weil wir haben immer noch dieser Typ der eingebrochen ist Leute den dürfen wir nicht vernachlässigen ich möchte wissen wer war das ok Leute ich würde einfach sagen das wärs mit der Folge wenn es euch gefallen hat dann lasst einen like da um keinen weiteren wie es zu verpassen aber nicht und so Leute Bööööööööööööö